Wir haben Tico und Bernd von Ticos Orchester hier. Zwei von fünf Mann, das sind Peter, 40 Prozent. Und wir sind am legendären Pudel. Habt ihr eigentlich beiden eine Verbindung dazu? Also, ich auf jeden Fall. Bevor er leider abgebrannt ist, war ich öfters hier, abends und nachts, gerne Feierabend wegen und überlege. Ah, ich habe auch hier schon mal gespielt. Da wo jetzt die Asche liegt. Ja, liegt in Schut und Asche, genau. Tico, wer ist das für das Orchester? Ja, auf jeden Fall. Hier haben wir noch nie gespielt. Und wir haben ja vor ein paar Tagen gehört, dass er wieder aufgemacht wird. Das war auf jeden Fall eine Gelegenheit, hier zu spielen. Aber bevor ihr dort spielt, spielt ihr bei uns, bei Talk Dort, Ticos Orchester. Wir freuen uns!